Das Thema dieses Films ist das Schwein. Das Borstentier wird gerne als Vorlage für Glücksbringer oder Geldbüchsen verwendet. Doch in erster Linie ist das Schwein ein hochintelligentes und vielseitiges Tier. Wildlebend stellt es einen wichtigen Bestandteil des Ökosystems dar. Und für den Menschen ist es seit geraumer Zeit eines der wichtigsten Nutztiere. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Das war's für Notre Dame. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen 책en mit der Jadepläne. against